Hallo und herzlich willkommen zurück bei Founders Fortune. So, Treppen. Wir waren dabei Treppen zu suchen. Ich war dabei Treppen zu suchen. Da sind die Treppen. 50 Holz. Wir haben keine 50 Holz. Wir hatten mal 2000 Holz. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich gesagt habe, wir brauchen kein Holz mehr. Nie wieder. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich gesagt habe, das sage ich jetzt. Und irgendwann lache ich über diese Aussage. So, der Tag ist gekommen, wo ich über diese Aussage lache. So. Wo ist der? Okay, ich habe auf alle Fälle hier den, dem, 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 dem. Wir machen das mal anders. Hier, Bäume. Es ist schön, dass wir die hier alle angewählt haben. Wir wählen die hier nicht mehr an. Wir wählen die hier drüben an. Warum wählen wir die hier drüben an? Ganz einfach. Der Christoph, der Christian wohnt da näher dran. Mhm. Oh, Essen kommt rein, Kinder. Schaut euch das an. Futter. En masse. Wow. 242 Milch. Weizen. Aber irgendwann hat keiner Bock auf Brot backen oder sonst irgendwas. Ich verstehe es nicht. Ich weiß, ich habe keinem eigentlich verboten zu kochen. Jan, Jan habe ich dir verboten zu kochen. sage mir, du darfst kein Essen kochen. Jan, koch essen. Patricia? Wo ist Patricia? Patricia? Da. Da. Die darf? Du? Darst auch. Okay. Du darfst, du kannst aber gar nicht. Also. Naja. Ich weiß nicht, so zum Äpfel und Tomaten und Kartoffeln säen. Also Erdäpfel, dafür soll es eigentlich schon reichen. Auch beim Konrad. Tut mir leid für das Gequietschen im Hintergrund. Mir ist gerade der Stuhl leicht unterm Hintern weggerutscht. Also musste ich ihn natürlich fangen. Ah, da kommen die Kürbisse. Da kommen die Kartoffeln. Hier Weizen. Keiner hat Bock, diesen Weizen zu machen. Patricia, bitte hör auf. Bitte hier. Sä den Weizen nochmal ein. Bitte. Ich will ordentlich Brot haben. Brot und Käse, davon kann man leben. Glaubt mir. Glaubt mir. Apropos glaubt mir. Wo ist der Christian und warum schläft der noch? Christian, die helle Scheibe hängt am Himmel. Die Arbeiten. Ei, ei, ei. Ne? Hier eine Arbeitsmoral. Sondersgleichen. Ich bin übrigens versucht, dieses Tor hier oben hin zu machen. Oder hier oben noch ein Tor hin zu machen. Ich bin da wirklich sehr versucht. Wir sollten das einfach machen. Schaut mal. Hier, wir haben hier Türen. Dann haben wir hier nochmal ein Tor. Dann hauen wir das Tor. Dahin. Das ist sehr gut. Da haben wir auch noch ein Tor. Da haben wir auch noch ein Tor. Ist doch schön. Und wir sollten hier auch noch ein Tor hinbauen. Ich finde das gut. Ich mag solche Dinge. So. Ja. Vorragend. So. Dann haben wir das hier. Und wisst ihr, wofür ich noch bin? Wo sind die Böden? Böden. Hier sind Böden. Hier. Bin dafür, dass wir vor diesem Tor das so machen. Was muss oberhalb von... Äh. War er wieder richtig... War wieder richtig dabei, der Kerl. So. Hier, 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 hier. Nee. Hier, hier. Hier. Wo ist er denn? Da ist er. So. So. Ich glaube, dass das eine... Gute Sache ist. So. 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 Äh. So. Wir müssen drehen. Ja. Geht nicht. Verdammt. So. So geht auch nicht, weil wir haben nicht genug Steine. Oder was? Doch. Wir hätten genug Steine. Wieso? Okay. Wir machen das mal so. Vielleicht hilft es ja was. 33 Krankheiten Medizin. Nein. Ja. Okay. Dann lauft es halt ein. Sorry. Aber hey. Irgendwo. Ne. Vielleicht lassen wir mal die Kirche im Dorf so ein bisschen. Was halten wir denn davon? Die Herrschaften. So. Einmal dahin. Einmal dorthin. Das muss auch noch. Kann ich dir das? Nein, kann ich nicht. Schade. Sehr, sehr schade. So. So. Sehr gut. Hier hin. Hier hin. Hier hin gehen. Und dann schauen wir mal, wo sie angeschossen kommen. So. Wo bleibt er? Oder kommen sie jetzt wieder irgendwo? Da sind sie. So. Da kommen sie. Hier hin. So. Schön drauf. Ja. Schön. Breite Front. Und gut. Und rein. Und du, Hans. Und du, Hans. Den da. Sehr gut. Schön ins Kreuz. Ja. Wie sieht es bei uns aus? Oh, Jan. Hart erwischt. Jan liegt. So. Häuschen. Hier hin. Jawohl. Alle auf den La Capitan. Jan. So. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Immer feste drauf. Ja. Wollte gerade sagen. Mädel. Da steht noch einer. So. Hervorragend. So. Der einzige, der aussieht, als würde er bluten, wäre Jan. Wo ist Jan? Hier ist er. Da ist er. Wunde verbinden. Oh. Oh. Beinschienen. Ja, hilft ja fast nichts, ne? Haltrang verabreichen und dann zu Bett tragen. So. Wie schaut es bei dir aus? Ja, du siehst eigentlich noch ganz gut aus. Hier. 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 Ich erinnere mich, dass es angeschafft ist. Das ist toll. Dann kommst du. Hier. 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 Ich glaube, den haben wir schon. Aber wir machen es trotzdem. Und jetzt. So. Sehr schön. Sehr gut. Wo ist eigentlich der Konrad? Ja, Konrad steht am Feld und tut. Ist okay. Ach. Ja. Ja. Sehr gut. Machen wir einen schneller. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Beinschienen erfolgreich. Teiltrang verpassen. Dann ins Bett tragen. Jawohl. Sehr gut. Sehr schön. Christoph. Du. Raus aus dem. Die beiden kurz ignorieren. Sie zu Bette tragen. Jawohl. Genau. Genau. Dann haben wir das auch. Du darfst da raus. Dann kann ich dir die beiden mal ganz kurz nehmen. Dann nimmst du die Patricia. Trägst du die bitte auch ins Bett. So. Ja. Vorragend. Aber wie sie halt immer. Gleich. 33 Krankheit Medizin. Brauchen wir. Oh. Das wären die gewesen. Ja. Die hätten wir ihnen sogar geben können. Die kosten nämlich keine Kristalle. Naja. Nicht so rumpfeifen. Hans. Was ist mit dir? Hans ist am verhungern, oder? Ja. Alle sind am verhungern. Alle raus aus diesem Modus. Ja. Das. Ja. Das. Ist jetzt nicht so toll. Geh. 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 Scheiße. Ach. Christian. War das denn jetzt notwendig? Dann begrab sie auch. Hä? Also langsam. Langsam mache ich mir echt Sorgen um deren geistigen Zustand. So leid es mir tut. Hä? Boah. Eigentlich müsste ich ja essen. Aus dem Modus bin ich raus. Aber ich klopfe jetzt lieber noch ein bisschen auf ein paar anderen rum. Das ist das dritte Mal, hä? Das kann es nicht sein. Ich glaube 44 Folgen ohne. Ne? Und jetzt sowas. Also das frägst du dich dann schon. Was hast du für ein Problem? Ach, du bist jetzt schon am verhungern. Okay. Achso. Das war. Okay. Okay. Ich verstehe. Also. Ernsthaft. Ne. Da. 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 Sehe ich dann auch kein. Kein Ding mehr drin. Äh. Ja. Sei mal kurz so gut. Und. Gib dem kurz Nahrung. Nachtragend ins Bett. Hast du keine Lust drauf im Essen zu geben? Verstehe ich auch. Ist in Ordnung. Ist ja irgendwo auch jeder selber dafür verantwortlich. So. Hier so. So. Einmal rein. Einmal raus. Dann liegt der Christian irgendwo hier hinten. Das ist auch in Ordnung. Jasmin. Hast du Hunger? Geht's darum? Nein. Darum geht's nicht. Dann bitte. Sei so gut. Und. Äh. Trag die mal kurz ins Bett. Bitte. Sei so gut. Nein. Ich habe dir gesagt. Du sollst die ins Bett tragen. Nein. Lass die doch nicht ständig. Trag die jetzt ins Bett. Verdammte. Scheiße. Unglaublich. Vielleicht kommen die dann. Nein. Natürlich nicht. Natürlich ist wieder eine da. Die hier. Da begrabt die. Du. Verzieh dich. Alter Schwede. So. Hervorragend. Wir waren da noch bei. Weil wir haben ja vorher die. Wir hätten ja vorher die Treppe gefunden. Ganz am Anfang Treppe gefunden. Aber. So. Und ich habe es allen zu kurz gebaut. Ich habe extra geguckt. Extra geguckt. Aber dann doch. Ey. Ich kriege. Ne. Falsch. Hier. So. Ne. Ich. Aber sowas von. Der da war es. Hier lang. So. Wände. Hier. Einmal da. Einmal da. Einmal hier rüber. Diese Wand. Adios. Also. Da bin ich jetzt hier mal. Aber so gar nicht von. Weil. Ja. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Das ist. Überhaupt nicht schön. So. Wo ist dem sein? Egal. Wir bauen neues. So. Leben. Lager. Hier. Lager. Da. Hier. So. Jetzt. Jetzt aber. Dahin. Dann. Etage. Nach oben. Äh. Äh. Hier. Jeder. Boden. Gleicher Boden. Ah ja. Komm. Gleicher Boden. Was soll's. Hier. Können wir nicht. Nicht genug Holz. Dann. Naja. So. Wartet nur. Wenn der Christian. Wieder. Anpackt. Ne. Dann. Hier. Seht ihr schon. Ne. Der. Wenn. Wenn der draufhaut. Dann ist aber was los. Du. Das sag ich dir. Darüber. Schön. Bis darüber weg. Wenn's so weiter geht. Dann lass ich echt die Patrizia noch mal Holz fällen. Wenn's nicht anders geht. Ja. Die müsste ja hier auch irgendwo. Da. Hier. Ne. Weiß auch nicht. Warum die die Gießkanne nicht in der Hand hat. Mhm. Patrizia. Du bist doch vollwertige. Ja. Du hast mit Försterei nichts mehr zu schaffen. Nein. Warum hast du verdammt noch mal. Eine Axt in deiner. Muss ich das verstehen. Ich glaube nicht. Hm. Ja. Vielleicht hab ich irgendwann mal eine zu viel gemacht. Das könnte natürlich auch sein. So. Hm. 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 Naja. Es wird sich zeigen. So. Da wird jetzt erstmal reingehauen. Wo ist der? Wo ist er denn da? Christian. Ja. Christian liegt, schläft und fühlt sich schlecht. Christian. Warum fühlst du dich schlecht? Weil du kein Regal für Backwaren in deinem Haus hast. Ja. Christian. Wir werden das sofort ändern. Verstehe das? Wenn ich kein Regal für Backwaren in meinem Haus hätte, wäre ich auch scheiße dran. Holz und Eisenerz. Mhm. Sehr gut. Christoph. Christoph. Da ist Eisenerz. Bau es ab. Tue das. Entschuldigung. Das war das Mikrofon. Sorry. Alter. Dreh. 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 Aber wir haben nicht hier so viele Steine auch gebraucht. Ja. Okay. Jasmin, bitte hör doch auf. Das sind so viele Leute. Das sind so viele Leute. Aber erst mal muss natürlich. Ah. Ich lasse den Konrad jetzt dann gleich als einzigen Dinge aufbauen. Ja. Vielleicht hilft ja das. So schön. Schaut mal hier. die Felder alle voll voll gesät. Oh. Fünf. Alter. Ich dreh durch. Aber nur ein bisschen. Zehn bräuchten wir. Okay. Hat eigentlich irgendjemand. Der Konrad möchte einen faulen Tag machen. Ja. Als ob der Konrad jemals was gearbeitet hätte. Jemals. Nicht einmal. Bergarbeiter. Gelehrter. Vicky. Pirat. Händler. Förster. Wir haben tatsächlich keine einfache Bauernkleidung mehr. Hammer mäßig. So. Hier hin. Schneiderei. Einfache Bauernkleidung. Mache. Oh. 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 Puh. Ich fühle mich bei dem Spiel immer wie Minecraft Villager. Oh. Immer. Oh. So. Sehr gut. Okay Leute. So kurz vor Winter wäre es vielleicht. noch schön. Wenn es Essen irgendwie. Das wäre voll super und so. Konrad. Jan. Kartoffeln ernten. Boah. Das einzige was der Typ frisst. Macht ist. Fressen. Also ganz ehrlich. Hey. Ne. Ne. So jetzt dann langsam nicht mehr. Okay. Ihr beide seid da dran. Hervorragend. Christian. Christian. Christian ist da dran. Boah. Hör auf die abzulenken und die Holzhacken. Verdammte Axt. Oh. Oh. Schön. Beziehung. Feind. Freut mich. Hau ihn um. Ganz ehrlich. Ich glaube das ist einer der ersten wo es man mal nichts ausmacht wenn er drauf geht. Ja. Wirklich gar nichts. Christian hasst den Herbst. Christian hat sechs Belohnungspunkte. Christian du kannst den Herbst jetzt gern haben. So. So. Ganz einfach. Gleich passiert. Gleich gemacht. Christoph wie viel hast du? Zwei. Alter. Mit Hans Brand reden. Ja. Geh halt hin zum Brand und red mit ihm. Könnte halt brandgefährlich sein. Was für ein Wort. Nein. So. Puh. Okay. Da haben wir das. Dies. Jenes und welches. Keiner hatte dann mehr Lust irgendwie Holzhacken zu gehen oder? Nö. Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Oh. Da liegen noch Skelette von Goblins. Okay. Da liegen noch Goblins Skelette. Okay. Naja. Ist halt dann so. Kann man nicht ändern. Christian wo bist du? Hier bist du. Sehr schön. Wenn du jetzt diesen Weg baust. Klatsche ich dich. Ansehen. Sehr schön. Jan. Geh da hin. Handle mit denen. Auf geht's. So. Sehr schön. Mach das auch noch einen Ticken schneller. So. Ich war so stolz, dass ich gesehen habe, dass 25 Holz aufblinkt immer wieder. Ich war so blind und so doof. So. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Oh Gott. Endlich. So. Da. Gott sei Dank. Ja. Du faule Qualle. Geht's jetzt bei dir auch los? Ich fass es nicht. Ich habe gesagt, du sollst handeln gehen. Für dich gibt's nichts zu essen. Bevor du nicht handeln warst. Ja. Vor allem, weißt du, ne? Hunger. Ja. Oh. Hunger. Püppi kalt. Weißt du. Ja, ja. Am Arsch. So. Hm. Bergarbeiter. Handwerker. Meisterbergarbeiter. Meistergelehrten. Einfache Plattenrüstung. Eisenrüstung. Alter. Da geht was, ne? Hier. Heiltränke. Die haben gar keine Dinger dabei. Gar keine. Weißt du schon. Hier. Ja. Genau das. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ne. Brauchen wir. Brauchen nichts von euch. Und zwar überhaupt nichts. So. Piratenkleidung. Können wir überhaupt noch was verkaufen? Wir können noch verkaufen. So. Sehr schön. Haben wir da wenigstens schon wieder ein bisschen. Ein bisschen Geld gemacht. Ja. Wenigstens ein ganz kleines bisschen. Hier. Man sieht's. Aber wir brauchen hier mehr. Wir brauchen mehr einfach davon. Viel. Viel. Mehr. Ähm. Hier ist nochmal ein Tresor. Den stellen wir jetzt da noch hin. Da fehlen uns leider nochmal Eisenerz. Sind sie dran? Sie sind dran. Okay. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen schauen. Dass die das. Das Eisenzeug. Ja. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Ah. Da haben wir ja überall durchgeguckt. Das war ja der mit der. Mit der Ironside. Genau. Ah. Der Witz mit Björn. So. Dann haben wir das. Wie sieht's jetzt eigentlich aus hier mit. Mit Holz. Wieso bringt denn der kein Holz auf einmal? Mann. So. Da. Äh. War dann die Aufnahme zu Ende. Weil die Festplatte voll war. Ist. Tatsächlich. Nichts mehr passiert. Dieser Windows Sound. Äh. Über den ich mich noch ganz kurz lustig gemacht habe. War dann das Ende des. Äh. Platzes. Naja. Sowas kann passieren. Wie gesagt. Es ist nichts mehr passiert. Ähm. Aber ich wünsche euch an dieser Stelle. Selbstverständlich. Einen wunderschönen. Was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst dich zu bewerten. Bis dahin. Und ciao.